Schalke 04 gegen Harlow vor 96. Jetzt 4.5. Schalke 04 gegen Harlow vor 96. Schalke 04 gegen Harlow vor 96. Schalke 04 gegen Harlow vor 96. Schalke 04 gegen Harlow vor 95. Der FC Schalkhörer geht in Führung, 2 zu 1, durch die Nummer 8, durch die Karin Daski. In Führung, 1 zu 1, durch die nhauhörteramen, Merkelsführung und 2 zu 1, durch die Nummer 5, durch die Nöne und Ber477 Dr *** Click und cái Launcher &欸 jarabe ist Yes Applaus Applaus Schalke erhöht auf 3 zu 1. Vielleicht wird er von dem Spieler wieder dabei, Philippi Max. Schalke erhöht auf 3 zu 1. Schalke erhöht auf 3 zu 1. Schalke erhöht auf 3 zu 2, glaube ich. Schalke erhöht auf 3 zu 1. Schalke erhöht auf 3 zu 2. Schalke erhöht auf 3 zu 1. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020